Halli hallo meine werten Freunde und herzlich willkommen zu Let's Fun wieder ein bisschen COD Gedönse leider ist der Dreamtext diesmal nicht am Start ich habe ihn eben angeschrieben ist leider nicht daheim also vergnügen uns alleine so öffentliches spiel wie immer schön hier das match und so das ist so laut das game moment habe ich gar nicht ja ich muss dann gleich noch mal die Dingens einstellen ich habe die Hintergrundmusik habe ich eben ganz vergessen zu dritt das wird lustig zu fünft das wird lustig wieso bin ich jetzt im anderen Team ich wollte zum Willi gut Nuketown 20 25 25 ne war der US und A U.S.A. Punkt jetzt höre ich jetzt höre ich COD kaum so nimm mal die weil ich habe nämlich offscreen wieder ein bisschen gespielt mit dem Dreamtext ja offscreen wieder ein bisschen gegamed gezockt und sonst was wie assist oh man fuck aber man kann hier mal Nuketown überstehen bleiben müssen ja jetzt nicht wirklich viele Leute online dann machen wir halt diese Runde ein bisschen ruhiger als sie ist kastriert fuck fast ich habe mal auch bei dem Herr Dreamtext mal zugeguckt ich war gestern abend noch bei ihm ein bisschen und die kommen von allen Ecken oh mein Gott ich mag das im G alter warum ruckelt das denn so hochladen ist doch fertig nein ja ja haben wir noch mitgenommen holznagel gut hoch was steam anmeldung what gut dann melde ich mich mal gleich neu an und dann sehen wir uns auch gleich mit Hintergrundmusik so hallo und da bin ich auch wieder jetzt mal mit Hintergrundmusik und irgendwie wollte mich das spiel verarschen irgendwie ging gar nicht mit anmelden hm seltsamer shit aber egal war ja sowieso nichts los also probieren wir es noch einmal hoffentlich klappt es auch jetzt ja das sieht schon besser aus hoffentlich die 0 0 1 2 platin zepter ach gott die haben namen leute doppel gott die musik nervt nein schon besser ich weiß nicht ob ihr das so mitgekriegt hat mit dem adlc da der hat ja ganz schön scheiße gebaut hätte ich nie gedacht dass er so ja scheiße baut halt ne so ein bisschen so dass vertrauen der kunden so ein bisschen zu missbrochen ach ja hoch ja scheiß auf den vorteil ich habe schon gewusst dass der da jetzt hoch guckt kommt da jetzt einer oder nicht nein hä ah durch den busch der sack jawohl da versteckt er sich gut und ruckelt ein bisschen durch die musik ich glaube die mache ich doch mal gleich wieder aus ah man läuft nix gut hä ah fuck you was ist denn los ich weiß nicht um echt zu sagen bin ich irgendwie ein wenig im überlegen ob ich nicht äh cod machen soll sondern äh irgendwas anderes als mp äh oh der ist gut oh zwei leute kommt only noobs deine mutter wir wollen doch auch unseren spaß oh ne läuft gut heute ich mache mir die musik aus ich kann mich nicht konzentrieren dabei pff schusch oh leute komm ice killer you damn noob diese leute immer haha fuck ah man die gehen mir voll auf den sack wieder einmal super ist gerade so ein bisschen äh abreagieren durch bioschock erst erst bioschock und dann erst bioschock und dann äh oh fuck you den wie heißt's äh depon ja alter spost spost komm schon na ich wurde befördert habe ich gerade glaube ich gelesen nein ah dieser scheiß hängt ja klar wie ich die hasse ist ja oh man ja keine gute runde Fuck. Das schreibt man mit Udo her. Diese Camper. Naja, 11.17. Naja, gut. Gut, gut, gut. Ich nehme mal eine andere Lobby-D. Scheiße. Gut. Eine Folge ist rum. Wir sehen uns morgen wieder. So, was siehst du? Glaube ich. Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Halbomis. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Jetzt noch mal. Ich muss gut mit dir, was ich bin. Und kurz.